Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch mit zum Friseur und zwar wird es eine richtig heftige und große Veränderung geben. Jeder, der mir schon länger folgt, wird sich jetzt mit Sicherheit sehr, sehr wundern, denn ja, jedes Mal, wenn ich beim Friseur war, habe ich schon rumgeheult, wenn er mir einen Zentimeter abgeschnitten hat. Also das war schon ein Zentimeter zu viel quasi und diesmal habe ich mich gewagt und die Veränderung ist wirklich enorm und deswegen werden sich mit Sicherheit auch einige wundern. Also so hatte ich meine Haare noch nie und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erst mal, wie lange meine Haare waren, bevor ich zum Friseur bin, also als ich dort angekommen bin und wir quasi damit angefangen haben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja und jetzt zeige ich euch, wie sie angefangen hat, meine Haare zu schneiden. Ich unterlege das jetzt auch nicht mit Musik, ich lasse euch mal den Originalton und kann euch schon mal sagen, dass das letztendlich nicht die Länge ist. Also wir haben dann nochmal ein ganzes Stück abgenommen. Also das blende ich euch jetzt ein und dann sehen wir uns im Anschluss wieder. Oh mein Gott, schneidest du schon? Ja. Nein! Okay, ich habe doch ein bisschen mehr zu spät. Oh Gott, schneidest du gerade wieder? Ja. Warte, in der Mitte kommt man damit so gut. Das Gefühl fällt dir, ne? Naja, ist ja gar nicht so viel. Nö. Also gut, jetzt habe ich plötzlich ganz kurze Haare, was aber noch nicht das Endergebnis ist, denn ich hatte ein ganz, ganz bestimmtes Bild im Kopf. Ich wollte noch Paintings haben und noch ein ganzes Stück kürzer gehen. Allerdings ist es bei meinen dunklen Haaren wirklich sehr, sehr schwierig, diese Farbe zu bekommen. Und deshalb muss man eben öfters zum Friseur gehen und das Step by Step machen. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann auch mal dahin kommen. Letztendlich hat sie mir dann beim nächsten Friseurbesuch, also eine Woche später, noch mal ein ganzes Stück abgeschnitten und hat mir eben die Paintings gemacht. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. So, und das ist jetzt also mein neuer Haarschnitt. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht, dass ich jemals so viel abschneide. Es sind letztendlich 32 Zentimeter gewesen, die wir jetzt abgeschnitten haben. Ich hatte euch mal ein Video abgedreht. Das ist allerdings schon, ich glaube, zwei Jahre her. Da hatte ich, ich glaube, 27 Zentimeter abgeschnitten. Die hatte ich auch gespendet. Und ja, jetzt ist es wirklich eine richtig krasse Veränderung. Ich glaube, wenn ich jetzt dann noch einen Ticken heller gehe, beziehungsweise mir dann weiterhin diese Paintings mache, so wie ich es mir eben wünsche, ist es nochmal eine Veränderung. Und es ist definitiv jetzt was ganz anderes. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, dieses Gefühl. Und ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, wenn ich mir so ein paar Wellen reinmache, dass es dann auch nochmal anders aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr Claire kennt von Modern Family. Die hat so einen richtig coolen Haarschnitt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, das ist eine blonde Frau. Ich habe ja dunkle Haare, also es passt jetzt so natürlich vom Typ nicht. Aber rein von den Locken, das gefällt mir bei ihr eben sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich euch mitgenommen zum Friseur. Ich denke, ihr seid auch sehr, sehr überrascht, so wie es alle in meinem Umfeld hier privat waren. Und meine Männer fanden es nicht so gut, muss ich auch ehrlich sagen. Mein Mann, der war eher so, hm, nein, bitte keine Haare schneiden. Und jetzt hat er es dann gesehen und meinte, doch, sieht echt gut aus. Also gut, was bleibt ihm auch anderes übrig zu sagen, der Arme? Nein, aber Haare wachsen nach. Ja, dass ich das mal sage, ist auch richtig krass. Aber es gibt natürlich viel, viel Wichtigeres. Und ihr wisst ja, was ich in letzter Zeit miterleben musste. Leider familiär, das sehr, sehr traurig war. Und da sind Haare für mich jetzt wirklich so was von nicht wichtig. Also, dass da jetzt so ein Stück abgekommen ist, macht mir jetzt gar nichts aus. Wie gesagt, die wachsen nach und alles ist gut. Und ja, das ist also mein Ergebnis. Ich weiß, dass es jetzt wahrscheinlich vielen auch nicht gefallen wird. Aber ich fühle mich total wohl und das ist die Hauptsache. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit, weil sich das ganz, ganz viele gewünscht haben. Und jetzt kann ich das Ganze endlich auf Instagram zeigen. Denn ich laufe seit zwei Wochen tatsächlich so auf Instagram rum. Also, ich habe die ganze Zeit die Haare zusammen, weil ich es noch nicht verraten wollte. Ja, ich habe nämlich noch zwei Videos vorgedreht und da habe ich noch lange Haare und das hätte einfach nicht gepasst. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Und jetzt wird direkt mal Insta-Story gemacht. Also gut, meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe. Vielleicht konnte ich euch ja jetzt ein bisschen inspirieren und ihr macht jetzt den nächsten Friseur-Termin aus und traut euch, wenigstens ein bisschen mehr abzuschneiden. Also, ich habe da ja echt lange zu gebraucht. Aber jetzt bin ich wirklich total glücklich. Und wie gesagt, Haare wachsen nach. Alles gut. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch eine Runde mitgenommen habe zum Friseur. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch nur das Beste. Macht's gut und bis bald. Ciao!